hallo ist der martin von money monkeys dass die dachsanalyse für nun dienstag den 27 2021 und werden gestern hier so ein schönes feld zum abernten rein platziert sieht alles toll und frisch und schön und 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 hübsch aus und ja viel mit ernte einholen war ja nicht leichter defekt am fahrzeug vorne vorne links vorne links direkt zum start abwärts gelb ordentlich gegen die 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 fahrtrichtung gekommen hat sich quasi oben auf seiner 60 erst mal wieder nach unten gedreht wir hatten hier gesagt dass die 75 ganz interessant wäre von oben 75 bis 25 50 das wäre noch mal so die chance gewesen um nach oben zu drehen tiefer hat man gesagt also 5 30 15 das unterbieten davon wäre eher kritisch würde weiteres abwärtspotenzial freisetzen und ihr was haben wir gesehen er ist da unten drauf gesetzt ziemlich früh ziemlich unspektakulär konnte man nicht wirklich viel handeln weil das hat man direkt früh zur eröffnung so vorgesetzt gekriegt und mehr ist gar nicht passiert ja mehr ist gar nicht passiert also definitiv ein tag wo sich mal nicht alle die köpfe eingehauen haben also auch bei uns im chat aber auch mal in einer form geguckt war es relativ ruhig gewesen viele zurückgezogen die wunden der letzten tage geleckt da war relativ ruhig halten also wenn unser wachs das jetzt gefällt dass sich vielleicht die leute eben auch abwenden müssen den fokus verlieren wenn einfach das auf den den nerven ging was hier die ganzen letzten tage die letzten wochen passiert dass das ist ja auch einfach so die marktbewegung das ist das macht er ja auch nicht ohne grund halten versucht sich die leute irgendwie wegzuschütteln bevor wieder nächste trendphase reingeht das ist immer wieder das gleiche immer wieder spannend zu sehen und wir haben jetzt oft gesehen dass es mit schwung oben raus nicht funktioniert hat mit schwung unten raus nicht funktioniert das sind wir wieder auf die seite zurückgekommen ich probiere das jetzt einfach mal mit absoluter stupider seitwärts bewegung die leute halt so lange zum foltern bis ich keine mehr lust hat da irgendwie was drin herum zu handeln und dass er sich dann wieder einen schönen trend reinschwingt ich würde daher ein bisschen fokus auf den trickern offen halten es bleibt natürlich alles so wie gestern gesprochen also eigentlich dass die analyse vergessen können direkt nochmal werten die 75 55 bleibt unterstützung also gerade wenn man auch jetzt vielleicht unterstellt dass er da ein bisschen mehr macht das ist die haupthandelsspanne die wir hier zuletzt eben immer wieder hatten ja also wäre durchaus nicht ungewöhnlich wenn er jetzt einfach weiter dazwischen hin und her springt und das alte seitwärts musste da einfach wieder aufgreift na deswegen würde ich auch sagen wir 55 55 das bleibt das mal unterstützung auch um die 670 bleibt unterstützung jetzt natürlich noch mehr weißen gett los dazugekommen ist oder der gett los dazugekommen ist vielmehr so und es ist ein bisschen tiefer ist vielleicht so knapp um die 63 darum aber passt zumindest und damit kann ich dazwischen erstmal machen was er will wichtig wäre wenn er tiefer geht unter 530 unter 15 wird er sich nach unten in den boden aufreisen hat man gestern schon drüber gesprochen 350 300 geht er oben drüber dadurch das platz auch bis 780 800 noch mal ranzugehen und wenn er dann in den ausbruch rausgehen will halt auch die 49 ist ja nach wie vor das altbekannt ziel was mit dem ausbruch hier aus ach das ist schon so lange herrige soweit kann ich konnte mehr da links zurück scrollen solange hat sich das hochgeholt naja da machen wir immer so eine so ein abwärtstrend geschoben und aus dem bruch hier aus dem abwärtstrend bruch der von hier aus ging es ist das 15 april vom 15 april gegen abwärtstrend aus der wurde gebrochen und das bewegungs ziel wäre eigentlich bei 49 gewesen wurde aber bisher markant verweigert ja also in diesem sinne brauche ich euch nicht viel erzählen zum dienstag wie gesagt sollte er hier durchgehen sollte unter 15 gehen auch zum nachmittag dann noch durchfallen kann er fallen aber ich würde fast darauf tippen dass es ähnlich jetzt wird wie am montag vielleicht ein kleines gelb dann irgendwie zur seite rumgehampelt und rumgeschieben oben wie gesagt die 670 dann ein bisschen hellhörig werden auch wenn er über die 700 rausgeht das wäre auf jeden fall deine ansage richtung 780 800 und eben höher aber solange das nicht kommt und der jetzt so zwischen 670 und 55 55 55 rumeiert lassen rumeiern im zweifel gönnt er sich jetzt hier die ganze woche da drin das ist so vollkommen okay darf er dann gerne machen einfach mal sich ein bisschen abzukühlen um die leute einfach ein bisschen abzukühlen hat aber die randpunkte sind denke ich klar brauchen wir jetzt nicht weiter tiefer drauf eingehen im tageschart ist so ein bisschen sondern ja so habe ich mir das vorgestellt auf dem mittleren balling abwand die grüne tageskarte in der grünen tageskarte können sehr interessant auf jeden fall schön gelungen hat er sich kreativ was einfallen lassen hat aber keine signalwirkung ist ein tieferer tagesstoß am vortag hat sind kerze kerzenkörper aber grün am mittleren balling abwand abgeschossen ja es ist ja ich sag mal so 3 zu 2 für weiter steigen die kurse die tageskarte möchte ich aber jetzt hier nicht zu viel drauf dichten zumal es einfach in der range der letzten tage wochen ist das ist dass das kernelement halt dass es wieder oben drüber noch es ist unten drunter damit ist es einfach nur ein weiterer handelstag in der spannung der letzten wochen und monate die marken dafür die kennt ihr alle die könnt ihr auswendig singen die reagieren wunderbar reagieren immer wieder schön kann man sich auch zu einem zu nutze machen hier im geschiebe bis dann tatsächlich irgendwann mal ausbruch kommt und daher den haben wir jetzt hier zum montag nicht gekriegt ein bisschen rückwärtsgang eingelegt aber auch gut ausgefedert keine anschlusskäufe nach abwärts gab das auch eine aussage und die sagt könnte ich mir vorstellen dass sie unten noch mal rumkratzt 6,70 abholt also eigentlich vielleicht 6,70 abholt dann unten noch mal rumkratzt und wieder in die mitte zurück das wäre doch perfekt damit hätte er noch mehr leute geärgert wie er irgendwo rausgeht na aber man merkt die leute werden ruhiger dax wird ruhiger vielleicht ist das sein ziel halt vielleicht schlecht vielleicht hat er die lösung gefunden um sich aus dem ganzen schlamass in der letzten woche zu befreien ein bisschen seitwärts ein bisschen ruhe rein und dann überraschungsmomente nutzen wenn es gerade keiner kommen sieht halt das das sehe uns auch am dax auch echt typisch irgendeine komische news abwarten wo alle leute dann verkehrt rumgegenstehen und dann rennen einfach in die andere richtung das wäre einfach typisch dax das wäre typisch dax okay ich mache zu ich kann euch nicht mehr erzählen ich wünsche euch viel erfolg zum dienstag und dann hören wir uns morgen wieder bis dahin tschüss